I am independent, I am dedicated, doing it my way, doing it my way, yes I am. Hallo und herzlich willkommen bei Stempeln in Aachen, mein Name ist Sabine. Der super Samstag-Video-Hop vom Team Stempelkultur jetzt im Mai und da haben wir uns also ein etwas bunteres Thema einfallen lassen, lasst Farben sprechen, der Frühling ist in vollem Gang, egal was, Hauptsache bunt und knallig. Bunt und knallig, das kann ich und ich habe für euch diese Karte, die ist grundsätzlich recht einfach. Ein Hintergrund, das Papier ist selbst gestaltet, gemattet, darauf das niedliche Vögelchen aus dem Set, gut gezwitschert, mit der Handstanze ausgestanzt. Dazu kombiniert habe ich den Schriftzug Amazing. Amazing ist in diesem Set Amazing Thanks, wie der Titel schon sagt, da ist auch noch ein Thanks drin. Das gibt es auch in Deutsch, ich habe deswegen das Amazing genommen, weil mir das so gut gefiel, in Englisch dann entsprechend. Hier hinter habe ich ein kleines Stück Transparentpapier geklebt und das Transparentpapier, das habe ich ausgestanzt mit den neuen Rechteckstanzen und die haben einen Büttenrand. Das finde ich cool, das gefällt mir richtig gut. Ich habe es ja nicht so mit so Lochmustern und Stickerei und so, Spitze ist es nicht so, aber hier mit diesem, dieser Büttenrand, dieser unregelmäßig wie gerissene Rand, gefällt mir total gut. Das habe ich also auch noch da drauf geklebt. Jetzt denkt ihr, was redet die denn? Hätte sie doch einfach aufeinander pappen können und dann wäre sie fertig gewesen. Ja, super, stimmt, aber ich habe gedacht, ich mache mal eine neue Technik, versuche ich mal. Die habe ich bei einer Stempelfreundin in Belgien gesehen und zwar ist dieser Hintergrund nicht einfach irgendwie gestempelt. Ich habe Tablettenblister verwendet. Tabletten was? Tablettenblister, das sind diese Plastikdinger, in denen die Tabletten eingeschweißt sind. Das hier ist jetzt eins, das habe ich noch nicht benutzt. Dann habe ich hier eins mit runden Tabletten. Das ist ganz nett, da sind die, wie sagt man, die Oberseiten nicht glatt, sondern die sind leicht gewölbt. Und ihr wisst, wenn man die rausdrückt, dann bekommen die so lustige Knicke und Ecken. Und die sieht man dann nachher beim Abstempeln als ungestempelten Bereich hier. Das sind einmal die Runden. Und hier habe ich einen genommen mit diesen, diese Ovalen, diese Megahammer, häufig sind das ja Antibiotika, die in diesen ovalen großen Teilen drin sind. Und da ist das Gleiche, also auch hier das Kunststoff, das verbeult sich und an den Stellen bekommt man dann freie Flächen. Ich habe der Einfachheit halber diesen Blister mit einem Streifen doppelseitigem Klebeband hier auf einen Acrylblock geklebt. Das kann man ja nachher dann wieder abziehen. Die kann man auch relativ leicht reinigen. Wichtig ist, wenn die benutzt sind, also alle Tabletten raus sind, sehen die ja so furchtbar verknautscht aus. Und ich bin hingegangen und habe mir einen Stift oder was gesucht, der vom Durchmesser halt in diese Pillenöffnungen reinpasst. Und habe mir die wieder gerade gedrückt. Das ist ein bisschen Fummelsarbeit. Aber ich meine, das macht man ja auch nicht x-mal am Tag. Und dann könnt ihr auch dieses Blister auf einen Stempelblock kleben. Ja gut, manchmal lösen sich diese Alufoliendeckelteilchen. Aber das ist ja auch nicht so schlimm. So, und wenn ihr das gemacht habt, dann seht ihr schon, da habe ich eins vergessen. Dann bekommen die eine recht gerade Oberfläche erstmal. Und wenn ihr das jetzt auf einen Stempelblock drauf klebt und dann einfärbt und abdrückt, in dem Moment, wo ihr dann mit ein bisschen Kraft drückt, nehmen die wieder diese alte, verkrünkelte Form an und geben dann nur partiell die Farbe ab. Ich fand das eine ganz nette Idee. Kommt der Polsterfolie ganz, ja, kommt dem nahe. Das finde ich ja auch immer total schön, dieses Stempel mit der Polsterfolie. Wenn man die in unterschiedlichen Größen hat, diese, na, die man so schön ausdrücken kann. Ihr wisst, was ich meine. Und das gibt ja auch sehr schöne Hintergrundgestaltung. Aber mir gefiel das, was die Chantal gemacht hatte, total gut. Dann habe ich gedacht, das jetzt in bunten Farben, knallig, dann treffen wir das Thema diesen Monat perfekt. Das wollte ich euch jetzt eigentlich zeigen, wie ich das gemacht habe. Das ist ein bisschen Matscherei. Ich sitze hier am Wohnzimmertisch meiner Mutter, weil da das Licht am besten kommt. Und die wird sich gleich freuen, wenn sie das mitbekommt. Aber da müssen wir jetzt gerade mal durch. Also das ist die fertige Karte. Die kleben wir gleich auch noch zusammen. Ich habe die Teile hier alle liegen, sodass wir das relativ zügig dann auch machen können. Aber ich wollte euch jetzt mal zeigen, wie das mit dem Stempeln, mit den Pillenblistern funktioniert. Ich habe für das Stempeln diese Frühlingsfarben verwendet. Ich werde das auch jetzt mit dem zweiten Bogen machen. Das ist aus den Inkala von letztem Jahr, Bonbon Rosa und Papaya. Und Inkala diesen Jahres unter anderem Karibik Blau und Papageien Grün, damit es so richtig knallig wird. Zusätzlich eine Spritzflasche für Wasser. Und wichtig hierbei wäre, dass da nicht ein gebündelter Strahlwasser rauskommt, sondern dass das wirklich schön fein verteilt kommt. Das brauchen wir. Einen Lappen. Auch immer ganz wichtig. Ja, und dann halt unser normales Schwammtuch zum Reinigen der Blister. Habe ich hier. Ja. Und wichtig noch eine weiche Unterlage. Das ist im Prinzip wie bei einem Silikonstempel, Glarsichtstempel. Ihr habt ja die Schaumstoffschicht nicht zwischen Stempel und Klötzchen. Und ihr braucht was, damit das ein bisschen federt und nachgibt. Ich habe das Ganze mit normalem, grundweißen Farbkarton gemacht. Ich nehme jetzt hier mal eine halbe Seite. Das kommt bei der Kamera ein bisschen besser. Die lege ich mir hier drauf. Ihr könnt da natürlich noch ein Schmierpapier drunter legen. Dann versaut ihr euch eure weiche Unterlage nicht. So. Dann sind wir soweit ganz gut vorbereitet. Ich verwende die runden Blister und auch die ovalen nochmal. Mit welcher Farbe ihr beginnt, das bleibt euch natürlich selbst überlassen. Ich fange mal mit der hellsten an. Das ist meiner Meinung nach das Papaya. Ihr färbt das ganz normal ein. Dann könnt ihr jetzt entweder so abdrücken. Ich mache das mal auf dem Schmierpapier hier. Dann bekommt ihr etwas in der Art. Oder aber, ihr sprüht dann etwas Wasser noch drauf. Aus ein bisschen Entfernung. Und dann sieht das Ganze so aus. Wenn das jetzt gleich trocken ist, dann habt ihr also einen etwas verlaufenderen Effekt. Hier habt ihr wirklich die klar abgegrenzten Ecken und Falten von dem Blister. So, fangen wir mal an. Dann wische ich das. Bisschen sauber. Dann kann ich die nächste Farbe nehmen. Nämlich nochmal das Bonbon Rosa. Bisschen mehr einfärben vielleicht, damit man deutlichere Formen erhält. Dann habe ich jetzt schon mal diese beiden. Und dann nehme ich die beiden anderen Farben für die ovale Blisterform. Na, das ist diese. Die finde ich übrigens ein bisschen schwieriger abzustempeln. Weil die Streifen teilweise zu dünn werden, finde ich. Gucken wir mal. Wir können jetzt auch einmal mit Wasser noch da drüber sprühen. Dann haben wir den Effekt auch mal drauf. Das macht ihr am besten normalerweise nicht hier auf dem Papier. Das haltet ihr am besten neben eurer Papierfläche. Kann ich hier aber ja jetzt gerade nicht. Bisschen länger drauf halten, damit die Farbe auch ins Papier einziehen kann. Das reicht, oder? Vielleicht hier unten in der einen Ecke noch ein bisschen. Da hat das Blau nicht so richtig gefärbt. So. Naja. Und was sagt ihr jetzt? Das ist doch ein wunderbar bunter Hintergrund. Das kann ich mir übrigens auch sehr schön für eine Männerkarte vorstellen. Dann natürlich in anderen Farben. Aber ich finde diesen Hintergrund auf die Art gestempelt, würde richtig gut zu einer Männerkarte passen. Na. Und das ist es eigentlich schon gewesen. Bunt ist es. Und da kann man jetzt wunderbare Kartenhintergründe draus machen. Ihr seht, wir sind heute relativ zügig. Ich hatte die Papiere auch tatsächlich schon vorgeschnitten. Ich lege das Stück, das neue Stück, jetzt mal auf Seite. Ich habe hier aus dem Stück, das ich hier vorbereitet hatte, schon was ausgeschnitten. Ich habe dazu auch ein Stück Karton zum Matten. Das ist Papageiengrün. Das ist Papageiengrün. Das hatte ich mir jetzt in dem Fall extra genommen, weil hier mehr grüne Punkte drauf sind. Da fand ich das ganz schön. Dann habe ich ein Vögelchen vorbereitet. Diesmal in Papaya. Dann habe ich einmal das Thanks. Diesmal in Lodengrün. Hier hatte ich Nachtblau. Aber ich fand, das sollte schon ein bisschen Kontrast zu diesem ganzen bunten Hintergrund sein. Und dann habe ich hier noch ein Stückchen Farbkarton geschnitten. Das ist, das ist, das ist Karibikblau. Genau. Und natürlich ein Stückchen transparenten Farbkarton oder Farbkarton Pergament ausgestanzt mit der kleinsten Rechteckform mit dem Büttenrand. Das ist diese. Und mein Streifen Farbkarton in Karibikblau ist etwas größer. Und ich hatte den bei meiner Vorbildkarte mit diesem, ja, das ist das, Baummaserungsstempel. Also das ist dieser hier. Habe ich das Ton in Ton hier bestempelt. Das würde ich mit diesem genauso machen. Ich habe hier das Stempelkissen Karibikblau. Dann brauchen wir einen Kartenrohling. Dafür habe ich den Farbkarton grundweiß extra stark genommen. Das ist ganz normal zugeschnitten, oder? Also 10,5 cm mal DIN A4, also 29,7. Und das falzen wir jetzt bei 14,85, also bei der Hälfte. Dann nehmt ihr ein Falzbein. Und falzt das. Wenn ihr kein Falzbein habt, macht es wie ich. Dann werden die einzelnen Lagen Papier aufeinander geklebt. Ich matte immer mit einem Papier, das 5 mm kleiner ist als das Ursprungspapier. Also habe ich hier dann statt 10,5 sind das dann nur noch 10 und das nächste sind dann nur noch 9,5. Und in der Breite das Gleiche. Hier habe ich 14,8. Dann habe ich 14,3. Und dann habe ich 13,8. Die Maße schreibe ich euch aber auch nochmal in die Infobox. Aber das ist ja nun kein Zauberwerk. Das kriegen wir, glaube ich, alle hin. Dann habe ich jetzt hier mein Stückchen Papier. Darauf das Transparentpapier. Da müsst ihr euch dann immer bei Transparentpapier ein bisschen überlegen, wie macht ihr es fest. Das heißt, ich versuche das immer, entweder wenn ich Dekosteinchen verwende, dass ich an den Stellen, wo die Dekosteinchen sitzen, den Kleber auftrage. Beziehungsweise wie jetzt hier, da kommt ja das Vögelchen drüber. Also klebe ich das Transparentpapier an der Stelle auf den Farbkarton, an der dann nachher das Vögelchen da drauf sitzt. Dann sehe ich diesen Kleber nicht durchs Papier durchscheinen. Ich habe schon alles an Kleber probiert. Es gibt ja auch extra Transparentpapierkleber und ich weiß nicht, was alles. Bei mir funktioniert das nicht. Es sieht immer hässlich aus. Und deshalb habe ich mir versucht, so zu helfen. Also egal wie, an die Stelle kommt jetzt gleich mein Vögelchen. Und ihr seht, was ich meine. Nun gibt es Projekte oder Hintergrundfarben, da fällt dann der Kleber mehr auf als an anderen. Ihr könnt auch versuchen, den Kleber nur ganz dünn aufzutragen. Das funktioniert auch. Aber ich finde, am einfachsten geht es, wenn man jetzt hier tatsächlich diese Position verwendet, an der das Vögelchen hockt hier. Den Text, den könntet ihr natürlich auch mit der doppelseitigen Klebefolie ausstanzen. Das wäre wirklich in dem Fall was professioneller. Habe ich aber erst zu spät dran gedacht. Da war es schon passiert. Dann wäre jetzt die Rückseite des Textes, der Schrift halt klebend. So muss man vorsichtig den Tombow aufkleben. Ich finde aber, das geht auch. Die Augen des Vogels fände ich noch recht wichtig. Die sind im Stempelset dabei. Ihr kennt das Stempelset, oder? Ich habe das schon öfter jetzt verwendet. Ich finde das niedlich. Die Handstanze geht mit dem Großen. Da sind dann auch diese Flügelchen dabei. Flügelchen und der Schnabel. Könnt ihr also dann alles nochmal separat aufkleben. Ich verwende jetzt die Augen hier noch. Und natürlich könnten wir jetzt dem Vögelchen auch noch Flügel ankleben. Aber mir gefällt das nicht so gut. Diese aufgeklebten Flügel. Deshalb habe ich das hier auch nicht gemacht. Und wenn ihr das möchtet, könnt ihr dem auch noch Flügelchen ankleben. Mein Vögelchen hat die Flügel dicht anliegen. Deshalb sieht man das nicht richtig. Aber ich finde ganz wichtig, dass jetzt noch meine Steinchen aufgeklebt werden. Dann hat man da sowas wie kleine Wassertropfen oder Bläschen. Und ich habe die runden Akzente in Milchglasoptik dafür genommen. Die sind einmal transparent und einmal sind die rosa eingefärbt. Und schon bin ich mit meiner kunterbunten Karte fertig. Ich hoffe, euch gefällt die Idee der Hintergrundgestaltung. Es ist nicht richtig gematscht, aber schon ein bisschen. Das ist, finde ich, bei Technik immer wichtig, dass man auch was an den Fingern von der Farbe zurückbehält. Vielleicht habt ihr ja Lust, das Ganze auch mal auszuprobieren. Sowas macht immer sehr, sehr viel Spaß. In der Gruppe oder mit Kindern oder um sich wirklich mehrere große Bögen vorzustempeln und dann immer ein bisschen Hintergrundpapier in Reserve zu haben. Also, soviel zu dem Thema Lastfarben sprechen. Egal welche Farben, Hauptsache bunt und knallig. Ich glaube, das habe ich hier dann tatsächlich bewiesen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Schaut doch jetzt bitte auch noch kurz bei meinen Kolleginnen vorbei. Die haben auch tolle Ideen. Und wir sehen uns, wenn ihr möchtet, kommenden Mittwoch zu Immerwiedermittwochs. Und dann haben wir, was haben wir denn? Den Karten-Sketch. Genau. Alles andere ist diesen Monat ja schon gelaufen. Jetzt entlasse ich euch. Macht es gut. Bis dahin. Tschüss.